Jooo Leute! Herzlich willkommen zu einem anderen Video. Heute mal wieder ein großes Video. Heute zeige ich euch mal meinen Account so ein bisschen. Ihr seht ich hab 116 Trophäen und ihr seht da mein Betrieb ist ich hab einen Leon. Hier sind jetzt noch meine ganzen Brawler. Hier, Shelly auf Rang 15. Nita auf Rang 6. Dann, warte, wie heißt sie nochmal? Colt auf Rang 13. Colt hält nur auf 5. Dann, Jessie auf Rang 3. Borg auf Rang 1. Jetzt kommen wir auch schon zu den seltenen. El Primo auf Rang 4. Ballet Rang 7. Poco Rang 5. Großer Rang 3. Gariel auf Rang 7. Und Frank Rang 2 und jetzt 4. Ich geh hier mal zu dem Shop und guck mal was es im Shop gibt. Ich geh gleich. Ja, ich hab ihn schon geholt. Hm. Ich mach so, ich koch. 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 Ich das war es jetzt auch von diesem Video, ich hoffe es hat gefallen, wenn ja, liken und abonnieren nicht vergessen, und auch ein Teil der Kübra mit zu sein, seid exklusiv, haut rein und ich sehe dich im nächsten Video wieder, bis dahin, immer cool bleiben und nicht vergessen zu liken, abonnieren und Glock zu aktivieren, nichts zu verpassen und ciao.